Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, Go, Go! Konnichi bei den Ninjas da draußen. Heute wird es zu einer Folge Overcooked zusammen mit Fresh Fries. Hallo! 220 Punkte brauchen wir hier. Sehr interessante. Ist jetzt nicht unbedingt wenig, aber auch nicht unbedingt so viel. Alter! Äh, okay. Wir müssen eine Karottensuppe machen. Ich schneide eine Karotte. Ich habe auch eine. Ach, da hinten ist der Topf. Und eine Kartoffel brauchen wir. Da darfst du ja nichts zu hauen. Hier ist es auf dem Topf. Achso. Äh, Zwiebel brauchen wir dann auch noch. Zwei Zwiebeln. Hier, eine Zwiebel. Oh, fuck. Ich mache die Suppe. Ich wollte gerade sagen, ist es fällig. Und noch eine Zwiebel, ne? Jetzt gleich auch fällig. Ja. Was brauchen wir dann? Äh, Karotten, Zwiebeln, Kartoffel. Aha. Nicht unbedingt die Feuerlöscher. Warte. Da ist die Zwiebel. Da nehme ich eine Kartoffel. Aber ich weiß nicht, wo ich sie schneiden soll. Ach, da unten wäre noch ein Topf. Alter, ich habe zwei Dreckteller. Die wasche ich mal schnell. Hast du mich mal durch hier. Ja, dann. Hä, du hättest auch rechts angehen. Achso, stimmt. Du musst nur bewegen. Du bist jetzt schon verwirrt. Ja. Hat mal angefangen. Ich bring schon mal einen Teller mit. Äh, Anbar, bist du gerade? Wir brauchen einmal Fleisch. Einmal Fleisch, einmal Kartoffel. Und Zwiebeln. Keine. Dann brauchen wir zweimal Kartoffel. Ja, ich suche hier unten eine. Und einmal Zwiebeln. Ah. Ich gehe schon mal wieder Teller waschen. Zwei Karotten. Hier wäre geschnittenes Fleisch herunten. Ah, gleich hin. Alter, ein Gericht mit dreimal Fleisch. Und Zwiebeln. Wo ist eine Zwiebel? Hier sind drei. Ähnlich. Äh. Okay, ich schneide schon mal die Zwiebel. Für das nächste Gericht. Machen wir auch noch eine Karotte. So, das nächste ist dann Fleisch. Zwei Karotten. Zwei Kartoffeln. Kartoffeln, Entschuldigung. Da oben sind es zwei. Geh Teller machen. Ja. Geh durch. Kannst du einmal alles reinlegen. Wir brauchen einmal... Karotte und Zwiebeln. Ja. Heller. Und fertig. Und fertig. Dreimal Fleisch. Ab einmal. Ich auch. Und Heller. Das ist eine Suppe nach deinem Geschmack. Eine Fleischsuppe. Ein Töffel. Ach, wir haben Fleisch, Kartoffeln vergessen. In die zwei Schneidebretter gegen hier mal. Äh, Kartoffeln. Zwei Kartoffeln. Ja, zwei Kartoffeln. Einmal Karotte und Zwiebeln könnte man vielleicht noch fertig kriegen. Hast du einen Teller fertig? Ja. 30 wird der wohl reichen, oder? 22 haben wir gebraucht, oder? Weiß es nicht. Irgendwie so. Easy. Easy. So, 1-4. Ab dafür. Okay. 200 Punkte schon wieder. Hey, hey, hey. Immer diese... Oh, du leckst gerade. Fresh? Es leckt. Es leckt. Ja, super. So, Zwiebelsuppe. Du hast auch ein Schneidebrett. Oh, Kartoffeln. Er hat die Karotten. Ja. Puh. Ja, geil. Oh, nein. Ey, wie dämlich ist das Level jetzt schon wieder. Aber der TS leckt nicht mehr. Ja, das zumindest. Äh, Zwiebel und Karotte, gib mir hier eine Zwiebel rüber. Vielleicht schauen wir einfach noch eine Zwiebel oder so. Ja, hast du gut erraten. Oben ist fertig. Äh. Puh. Ah, fuck, hier. Hier, 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 hier. Die brauchste. Äh, Karotte hast du unten. Ja, weißt du, geb ich dir. Gib mir gleich noch zwei Karotten hoch und eine Zwiebel. Geh mal links. Ah, ich pep links. Ja. Du musst alles rein. Also, ja, du hast auch einen Topf drüben. So, erst mal Teller waschen. Dürfelkiss schneide ich schon mal. Bei dir ist Fett. Ja, ohne Momento. Oh, wir haben nicht wirklich viel. Hier. Kartoffeln. Warten wir wieder zwei Kartoffeln. Ja, ich brauch, du brauchst Zwiebeln und so. Nein, die sind nicht hoch. Geh heute hoch. Zwiebeln haben wir. Dann machen wir das, was wir machen können. Ja, ja. Machen wir mit zwei Kartoffeln. Na. Was denn jetzt? Äh. Eine Karotte schneide ich schon mal. Hier, noch eine. Schneide ich. Müssen wir warten. Wer geht gleich hoch? Äh, ich geh hoch. Ach, wir brauchen links, rechts. Äh. So, Karotte, Zwiebel, Kartoffeln. Kartoffeln nehm ich. Ich schneide schon mal eine Kartoffel. Ja, wir brauchen. Gib mal Fleisch rüber. Ja. Und hol das Zeug raus. Ne, noch nicht raus, sondern muss noch eine Zwiebel rein. Nein. Oh. Alles gut. Jetzt muss es raus. Ich brauch einen Teller. Ich hab den Teller für dich. Hier. So. Dann brauchen wir Fleisch rein. Dann brauchen wir noch Kartoffel, Fleisch, Zwiebel. Mach du die Zwiebel. Oh, ja, Moment. Immer wenn sich das dreht, müssen wir gegenüberstehen, ne? Ja. Ah, noch. Ich hab die Zwiebeln. Ich hab die Zwiebeln gerannt. Zwei Kartoffeln, eine Zwiebel. Ach, eine Zwiebel. Ich seh's halt nicht. Ich schneide einfach schon mal eine Karotte. Ah. Ah, brauchen wir sogar. Zwei Zwiebeln, eine Kartoffel. Ja, kann ich dir nicht helfen. Musst du alles allein machen. Kartoffeln, hast du? Ach, Tatsache. Bleib, 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 bleib. Oh. Hier unten. Und eine Kartoffel. Essen brennt an. Ja, da muss noch die Kartoffel rein. Kartoffel, Karotte. Gib mal die Karotte. Nämlich so dann klug hin. So, ich stell die schon mal hier hoch. Geh zur Seite, ja. Genau. Oh, hier den Teller. Passt schon, passt schon. Das nächste ist Karotte, Zwiebel. Mach ich. Mach du schon mal dreimal Fleisch? Ja, ich mach dreimal Fleisch. Du kannst es ruhig bei dir auch einwerfen. Ach, okay. Feiler? Nee, ist fertig. Ich geh hoch. Google-Entscheider. So, gib mir den dreckigen Teller. Drei Karotten. Den dreckigen Teller. Fleisch ist fertig. Brauch halt den Teller, ne? Drei Karotten, eine Kartoffel bräuchte ich noch. Gib mir den an den Teller nochmal. Ja, eine Kartoffel bräuchte ich, ja. Ach so, Kartoffel. Kartoffel kriegst du. Hier. Ich geh rüber. Uh. Hier kannst du dann gleich reinwerfen. Du musst noch Kartoffel, Karotte und Zwiebel fertig machen. Ah, hier hol ich erst mal das Essen. Hier. Karotte, Kartoffel, Fleisch brauchen wir. Ne, Zwiebel. Zwiebel. Danach brauchen wir erst. Ich bleib unten, bleib unten, bleib unten. Nein. Wir brauchen auch den sauberen Teller. Ich bring dir noch einen. Kartoffel, Kartoffel. Ich mach mal schon mal die zwei Karotten, eine Zwiebel. Äh, äh, ja, gut. Mal so Schockmomente. Was machen wir jetzt? Ja. Ich geb dir einen Drecking Teller rüber. Ja. Oh, komm. Einmal Fleisch, Zwiebel, von jedem eins. Das ist ja fast die Arche Noah. Gib dir das schon mal rüber. Ja, mach das. Das. Ah, ich geh hoch. Ich geh hoch. Oh, oder so. Passt schon. Äh, Kartoffel. Karotte brauchst du noch? Gib mir doch mal die Teller. Ja. Ja. Gib mir gleich einen rüber. Danke. Hier, zwei Kartoffeln, eine Zwiebel. Ich mach Zwiebel. Gib's mir runter. Ja. Ich bleib links. Ich bleib rechts. Ja. Meine ich ja. Das nächste wäre Zwiebel, Fleisch. Alles. Einmal alles. Mach ich. Gib's mir rüber. Ja, mach ich. Hier, Suppe. Teller. Eine Karotte brauch ich, ne? Ja, mach ich. Ich bleib so lange unten. Ich bleib unten. Ja, okay. Gib mir den Teller rüber. Kommt. Hier, hier. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Sauber. Äh, Zwiebel, Fleisch brauchen wir. Fleisch kommt. Und nur Dings. Geh nicht mehr. Äh, ne, Kartoffel. Sag halt. Dings. Er kommt mit der Dings um die Ecke. Egal, haben wir es gemeldet. Äh, 268. Also. Alter. Nice. Ja, okay. Aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.